Die Welt verändert sich ständig. Wir müssen in die Vergangenheit blicken, um zu erkennen, was sich nicht verändert. Weißt du, dass unsere Familie aus Hunan stammt? Sie redet von der Mutter, der Mutter, der Mutter meiner Mutter. Sie hieß Schneerose und sie hatte eine Lao Tong namens Lilje. Schwurschwestern ein Leben lang. Viele Frauen schrieben an ihre Lao Tong, ihre einzige Möglichkeit gehört zu werden. Ich schreibe ein Buch. Es handelt von früher. Aber ich glaube, eigentlich geht es um uns. Musik Unser Schicksal ist für immer miteinander verbunden. Wir werden Schwurschwestern sein. Schwestern für 10.000 Jahre. Musik 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 Musik